Icatcher oder Icandy, was bin ich für dich? Wenn ich in den Club will, aber es nicht funktioniert, komme ich über den Hintereingang rein, unter baumenden Brücke, direkt auf die Bühne, als wäre ich der Star des Abends. Ich bin mir deinen Blicke bewusst, aber ich reagiere nicht drauf, da die Nacht zu kurz ist und ich tanzen will. Ich könnte dir jetzt erzählen, wie die Nacht war, und ja, sie war geil, aber du bist immer noch drauf hängen geblieben, wie ich denn überhaupt tanze. Egal, nächster Tag, ich fahre ins Fitnessstudio, Icatcher bleibt Icatcher. Und es nervt mich nicht, für neue Kollektionen werbe ich. Wenn du ein Designer bist, dann merke dich, denn niemand bekommt so viele Blicke ab wie ich. Im Vergleichen brauchst du dich nicht, denn jeder hat sein individuelles Gewicht, also sei nicht neidisch auf mich. Hab endlich meinen Weg gefunden, aber ich weiß, so viele haben keinen Plan. Ich sag euch eins, baut euch Ziele und haltet daran fest. Wenn ihr nicht an euch glaubt, dann tut es keiner, aber du geht raus und zeigt, wer ihr seid. Ich sag euch jetzt, wer seid ihr in Freiraierten Be再見! Ich sag euch emotions mit dem summg, ich sag euch, sag ja! Wir kommen jetzt auf mich等等. bertab pagar eine Macht! Vielen Dank.